Ich trage jetzt so seit 2002 oder 2003 eine Brille, da habe ich das erste Mal eine verschrieben bekommen, weil ich konnte mich selber nicht so damit identifizieren, jetzt ein Brillenträger zu sein. Jetzt habe ich eben auch eine fette Brillenkollektion, so kann sie die Koffer aufmachen. Die wollen mir die Flügel stutzen, wenn ich sage ich push Rapper, meine ich nicht, ich unterstütze sie, ich will die Mixer von der Bühne schubsen. Ich bin allein schon in der Überzahl, diese Rapper war mein Spot, sag ihr nur noch mal, ich bin allein schon in der Überzahl. Heb die, heb die Hände hoch, dies ein Überfall, bin in meiner Zone wie ein Ossi vor der Wende, wenn ich erstmal beginne, ist ihr Ende im Gelände.